Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie wieder bei Oldenburg 1 sind. Ich begrüße Sie zum Forum Gesundheit. Unser Thema ist die Entwicklung und Situation in der Pflege. Wie sind die Gegebenheiten bei zunehmendem Pflegebedarf und zunehmendem Fachkräftemangel? Darüber und über weitere Aspekte spreche ich mit Frau Kira Nordmann von der Firma Immerda, einer Institution für Intensivpflege, ambulante Intensivpflege. Dann Frau Melanie Philipp von den Pflegepionieren, was das ist, werden wir im Laufe der Sendung noch mal erfahren. Und Herrn Josef Ross, dem Vorsitzenden des Bündnisses für Pflege der Stadt Oldenburg. Schön, dass Sie drei den Weg zielsicher hier in der Studie gefunden haben. Ich denke, wir drei werden eine interessante Gesprächsrunde in der nächsten Zeit hier miteinander zum Thema Pflege vornehmen. Denn Pflege ist ja ein Thema, was zunehmend entscheidender und wichtiger in unserem gesellschaftlichen Leben ist. Frau Nordmann, Frau Philipp-Hörers, was machen Sie denn morgens zu Beginn eines jeden Tages? Wie geht es los bei Ihnen? Soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Also bei mir geht es erstmal damit los, dass ich meine Tochter in den Kindergarten bringe. Okay, auch eine Art Pflege. Und dann mit dem Fahrrad ins Büro fahre. Und dann höre ich mir erstmal die ersten News von unseren Bereichsleitern an, wie die Situation vor Ort in den Wohngemeinschaften ist, wie es den Patienten geht, den Pflegekräften vor Ort. So startet mein Tag. Okay. Ja, mein Tag startet daily. Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja sieben an der Anzahl, sind überall verteilt in Niedersachsen. Und das bedeutet, wir treffen uns jeden Morgen online, tauschen uns aus. Wie sind die Projektstände? Wie sind die Schulungsplanungen für heute? Und ja, was stand in der Zeitung? Was war im Podcast letzte Woche los? Und tauschen uns aus. Das ist eigentlich immer so mein Morgen. Okay. So, dass man wieder aktuell reinkommt in die Gegebenheit. Mit dem Kaffee. Okay. Herr Ross, der Chef des Bündnisses für Pflege. Ich kann es ja viel entspannter angehen. Seit Jahresbeginn bin ich hier in Ruhe stand. Und insofern habe ich nicht mehr den Druck, morgens erst mal danach zu gucken, was ist so in der Arbeit los. Sondern ich kann entspannt erst mal frühstücken, kann in die Zeitung gucken. Und dann kann ich all die Dinge angehen, die mich so interessieren. Und das ist schon ein Luxus. Ich möchte zu Beginn unserer Gesprächsrunde mal so ein bisschen mit Ihnen über die Situation in der Pflege sprechen. Da hat es ja von der Bertelsmann Stiftung eine tiefgehende Analyse kürzlich gegeben. Und die Bertelsmann Stiftung kam in ihrer Analyse zu dem Ergebnis, dass bis 2030, das sind ja nur noch neun Jahre, das klingt so viel, aber es sind ja nur noch neun Jahre, die Anzahl der Pflegewellen, die wir rundum in Deutschland haben, von 2,63 Millionen Pflegewellen ansteigen wird auf 3,48 Millionen. Das heißt, in neun Jahren eine Zunahme von 850.000 Pflegefällen oder in Prozent mal ausgedrückt von 33 Prozent. Gleichzeitig, so sagen die Bertelsmänner und Bertelsfrauen, muss man ja sagen, gleichzeitig sagen sie, die Zahl der arbeitsfähigen Bevölkerung, also die Anzahl derer, die in unserer Bevölkerung arbeiten können und wollen, die sinkt um rund 10 Prozent in den nächsten neun Jahren und damit auch sozusagen die Anzahl der potenziellen Pflegekräfte. Also auf der einen Seite eine starke Zunahme der Pflegewelle, auf der anderen Seite eine Reduktion der potenziellen Pflegekräfte, also der Damen und Herren, die sich in der Pflege betätigen können würden. Und die Bertelsmann-Forscher haben gesagt, dass bis 2030 damit summa summarum eine halbe Million Pflegekräfte fehlen wird. Also 850.000 Pflegefälle kommen dazu bis 2030. Zugleich bis 2030 fehlen rund eine halbe Million Pflegekräfte. Ist das auch so realistisch, das Szenario, wenn Sie mal so hier in unser Oldenburger Land schauen? Also ich kann mir das gut vorstellen, dass es ein realistisches Szenario ist. Wir erleben das ja schon jetzt, dass der Pflegefachkräftemangel auch heute schon Einzug genommen hat. Ich betreibe einen Pflegedienst, der auf Intensivpflege spezialisiert ist, jetzt seit 2011. Da habe ich den gegründet. Also wir haben am 1. Oktober zehnjähriges Jubiläum und so lange beobachte ich den Markt und die Entwicklung. Und ich kann sagen, im Gründungsjahr war die Situation deutlich entspannter, als sie heute ist. Also wir spüren das. Wir beschäftigen allerdings ausschließlich Pflegefachkräfte, was den Engpass noch mal verstärkt gegenüber den Pflegebereichen, wo auch ein Qualifikationsmix da ist. Und es gibt ja ganz verschiedene Ansätze, wie damit umgegangen wird. Da kommen wir sicher später noch dazu. Aber ich glaube schon, dass es ein Szenario ist, also dass die Fachkräfte auf jeden Fall fehlen werden. Okay, tut es die Antwort. Sie sind ja im ganzen Bundesgebiet, sage ich mal, so tätig mit Ihren Pflegepionieren. Wie sieht es denn da so aus? Denn Frau Dortmann sprach ja quasi hier für unsere Näheregion. Genau. Also ganz grundsätzlich kann ich als Gerontologin auch sagen, dass natürlich die demografische Entwicklung mit der Babyboomer-Generation gar nicht umhin führt, dass viel mehr Menschen alt werden, als dass sie von Menschen versorgt werden können. Wir haben ein Ungleichgewicht im Nachwuchs sozusagen. Das bedeutet, es ist unausweichlich. Und in Niedersachsen, also wir sind viele Niedersachsen generell unterwegs, jetzt bundesweit auch, aber Niedersachsen ist unser Schwerpunkt, ist der Pflegefachkraftmangel jetzt schon deutlich zu spüren. Und eine kleine Umfrage, die die Diakonie ja damals auch gemacht hatte, vor zwei Jahren ungefähr, hat ja auch durchschnittlich das Feedback gebracht, dass ein Mensch, der pflegebedürftig ist, um die 20 Pflegedienste mehr oder weniger kontaktieren musste. Nee, es war, glaube ich, andersrum. Es ging darum, dass ein Pflegedienst durchschnittlich 20 Absagen gegeben hat, wenn eine Anfrage für einen Pflegedienst kam. Und das ist natürlich, wenn man sowas hört, erstmal schlimm, wenn man aber betroffen ist und immer wieder telefoniert und keinen Pflegeplatz bekommt oder keine Pflegeversorgung, ist das natürlich schlimm. Und das Problem haben wir jetzt schon. Und ich sage immer, wir sind an so einer Grenze. Das ist noch nicht so spürbar im Sinne von, naja, ich kriege halt beim Arzt dann im halben Jahr meinen Termin, ist okay. Oder ich kriege halt irgendwie dann doch noch einen Pflegeplatz. Aber wir werden uns da in zehn Jahren kein Bild von machen, was das bedeuten wird. Denn dann wird die Situation eine ganz andere sein. Und dann werden Angehörige noch stärker belastet in die Situation hineingehen. Und es gibt ja immer weniger Angehörige. Also von daher kann man sich das Szenario vielleicht schon ein bisschen ausdenken. Erleben Sie das auch so durch Berichte bei Ihnen, wenn Sie sich treffen im Bündnis für Pflege? Ja, also das kann ich nur so bestätigen, auch aus der Erfahrung in der Beratung von Patienten, dass es in den letzten Jahren einfach schon zu deutlichen Lücken gekommen ist. Also dass man wirklich Menschen, auch die aus dem Krankenhaus entlassen wurden, anschließend nicht versorgen konnte, die dann zu den Hausärzten gehen mussten, um zum Beispiel für eine Wundversorgung Hilfe zu kriegen. Also diese Lücken merkt man hier deutlich. Nun muss man ja auch sagen, also diese Lücken wird es geben. Aber das hat ja auch was zu tun mit Veränderungen. Und diese angespannten Situationen haben wir in den vergangenen Jahren eigentlich immer gehabt. Also wenn ich mal so die letzten 20, 30 Jahre zurück schaue, dann hat es die eigentlich immer gegeben. Aber die Veränderungen, die holen uns natürlich noch mal mehr ein als in den früheren Jahren. Ja, ich glaube so, wir werden wahrscheinlich vermehrt eine Scherenbildung haben. Wenn ich sehe, die 1,1 Millionen, das heißt die Babyboomer-Generation, jedes Jahr 1,1 Millionen Geborene, die werden allmählich Rentner und damit auch potenzielle Pflegefälle. Und die haben selber nur dafür gesorgt durch Geburten, dass die Geburtenrate halbiert war. Nach Mitte der 60er gab es ja nur noch in Deutschland jedes Jahr 500, 600 Neugeborene. Das heißt, die 1 Millionen, die am Babyboomer-Generation, Pflegefälle werden, die wollen gepflegt werden. Von der halben Million, die dann als potenzielle Arbeitskräfte nachwachsen. Ja, man muss ja dazu sehen, dass die Situationen in den Familien völlig andere sind, als sie noch vor 20, 30 Jahren waren. Also dort, wo es, und das ist ja noch über lange Zeit etwas Hilfreiches gewesen, dass Familienverbünde doch noch wenigstens in der Region wohnten, was sich auch immer mehr auflöst. Sodass also auch die nachwachsenden Generationen gar nicht tatsächlich immer für die praktische Pflege vor Ort zur Verfügung stehen. Ja, sondern also verteilt über die Republik wohnen, in anderen Ländern wohnen und dann nicht da sind. Das eine ist ja das Szenario, was Sie erleben, beziehungsweise in das wir so nicht hineinkommen. Das andere wäre ja, will man beim Klagen bleiben oder will man klagen und ändern? So, und wenn man ändern würde, was ist da aus Ihrer Sicht zu tun, Frau Nordmann, Frau Föller-Peroz? Dann sind wir wieder bei dem, sagen Sie das mal in einem Satz, ne? Ja. Ich denke, das ist eine ganz komplexe Aufgabe. Eine wirkliche schnelle Änderung wird es nicht geben. Und ich glaube, alles das, was wir jetzt anfassen, ob das jetzt die Digitalisierung ist, ob das der Qualifikationsmix ist oder andere Themen, sind immer nur, ist ein Flickenteppich. Ja, also wir versuchen irgendwie zu stopfen, wir versuchen irgendwie neue Menschen zu generieren, die uns in der Pflegeversorgung zu unterstützen, mit den zugewanderten Fachkräften beispielsweise. Und natürlich kann das dazu beitragen. Aber wir werden nicht drumherum kommen, dass die demografische Entwicklung mehr Menschen versorgen lässt, als dass wir versorgen können. Das ist einfach eine Tatsache. Das bedeutet, in meinem Verständnis neben den Bausteinen brauchen wir halt ein neues Verständnis von Pflege und Pflegeversorgung. Aber da habe ich jetzt tatsächlich auf die Kürze auch nicht die Antwort drauf. Also ich glaube, wir müssen uns, ich sage mal so schön das Beispiel, damals war es ja so, da waren die Straßen voller Pferde, Äpfeln, ja, weil immer mehr Kutschen auf die Straßen gegangen sind. Und man hat sich gefragt, wie sollen denn diese Straßen so sauber gehalten werden? Und dann wurde das Auto erfunden. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was wir brauchen. Wir brauchen halt eine Revolution in der Versorgung. Und da gibt es sicherlich unterschiedliche mehrere Ansätze. Aber es ist sehr, sehr komplex. Hat das Problem möglicherweise damit zu tun, dass die Pflegekräfte so die Aufmerksamkeit, Akzeptanz, Achtung so allgemein nicht so haben, wie sie erforderlich wäre, um sie zu motivieren, um sozusagen auch mehr Personen zu interessieren für die Aufnahme des Berufes? Erlieben Sie das so, Frau Nordmark? Also grundsätzlich ist ja einmal das Problem, dass uns die Menschen, also die tatsächlichen Ressourcen fehlen, das ist ja einfach die Statistik, die Hochrechnung. Und wenn aus diesem Personenkreis sozusagen, also einfach rein rechnerisch, die jungen Menschen fehlen, die nachwachsen zu potenziellen Fachkräften, ja auch in vielen anderen Bereichen, werden sie ja auch fehlen. Ja, klar, ja, sie werden überall in der Pflege. Und da braucht es, also ganz konkret, um den Beruf attraktiver zu machen, natürlich nochmal einen Paradigmenwechsel mit Blick auf die Pflegekräfte, mit Blick auf nicht nur Anerkennung und das immer wieder genannte Klatschen und Danke sagen an die Richtung Pflege, sondern eben vernünftige Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen. Und auch wenn immer wieder das Gehalt stark diskutiert wird, das ist sicherlich ein Punkt, aber auch die Arbeitsbelastung ist das, was die Pflegekräfte zu Recht mokieren und was auch tatsächlich die Verweildauer für Pflegekräfte in den Diensten, wo sie arbeiten, verkürzt. Also wir spüren durch unseren extrem guten Personalschlüssel, dass die Fachkräfte nicht so belastet sind. Das ist ein wahnsinniger Luxus und da sind wir sehr dankbar, dass es das gibt in der Intensivpflege. Das liegt daran, dass die Pflegekunden, die wir betreuen, leider so schwer betroffen sind, dass sie diese Pflege so engmaschig benötigen. Aber in der breiten Pflegeversorgung, wo es wirklich nur um allgemeine Pflege geht, da fehlt es ja auch an Pflegefachkräften. Und da ist die Belastung so groß, weil der Personalschlüssel eben wirklich schlecht ist und viel schlechter im internationalen Vergleich als in vielen anderen Ländern. Und das ist auch ein Problem in Deutschland. Sie haben vorhin für mich so ein Schlüsselwort genannt, Verweildauer im Pflegeberuf. Ich war erstaunt, als ich mich in der Vorbereitung auf diese Sendung, als ich darauf stieß, dass die Verweildauer der Pflegekräfte in ihrem Beruf so im Schnitt so circa acht Jahre betragen sollen. Und danach sollen sich die Pflegekräfte, die dann sicherlich Eingabe sind und eine Routine haben, sich anderen Berufsfeldern aus, egal welchen, zuwenden. Das hat mich so erstaunt, dass ich weiß, das ist nicht in allen Berufsfeldern so. Womit hat das zu tun? Mit mangelnder Akzeptanz, dass man ausgebrannt ist oder woraufhin? Sie kommen ja überall rund, Frau Philipp, mit Ihren Pflegepionieren. Wie sieht es denn da aus? Warum ist das so? Also ich denke, dass man das nicht nur auf die Pflegebranche beziehen kann. Wenn man sich generell mal Lebensbiografien anschaut, ist die Verweildauer in einer Firma generell kürzer geworden. Also die Leute springen oft eher von Projekt zu Projekt, sind neugierig. Also ich glaube schon, dass es auch ein Trend ist. Das ist das eine, dass man ja auch sagt, lebenslanges Lernen ist wichtig und man möchte sich ja auch immer weiterentwickeln. Ich glaube aber, in der Pflege ist die große Herausforderung, dass die Belastung einfach sehr stark ist. Kira hat es gerade schon gesagt, was die generelle Pflege angeht, gibt es wenig Pflegekräfte oder der Pflegeschlüssel ist halt eben nicht verhältnismäßig. Man macht viel Arbeit, es gibt viel Krankheit, man muss einspringen und so weiter. Das heißt, es ist eine hohe Belastung. Ich sehe aber gerade auch in der Pflege im Rahmen der Qualität, der Ausbildung, aber auch der Begleitung durchaus Potenzial. Weil das, was wir oft immer von auch jungen Auszubildenden hören, ist, dass sie auch nicht ausreichend gut angeleitet werden. Das muss man sagen, oft auch, ich sage jetzt mal, in ganz schlimme Situationen gestoßen, gleich im ersten Lehrjahr, guck dir das an, kannst du dich schon mal dran gewöhnen, so nach dem Motto. Und ich will da auch überhaupt niemanden irgendwie jetzt anklagen oder sowas, weil das ja auch aus einer Überforderungssituation der Anleiterinnen und Anleiter kommt. Wir brauchen da sozusagen ja auch eine Entwicklung des pädagogischen Bildes, des Praxisanleiters. Das findet ja auch gerade statt, muss man ja sagen, durch die Generalistik. Und dass die sozusagen auch pädagogisch geschult werden. Also wie kann ich die Leute auch im Beruf halten? Und das Zweite ist, nach der Ausbildung natürlich auch, dass die Arbeits- und Rahmenbedingungen angepasst werden müssen. Denn das Thema Vereinbarkeit, also gerade wenn ich so zwischen 30 und 40 Jahre alt bin, wir haben viele Frauen, dann ist natürlich die Frage, wenn ich rausgehe, aufgrund von Familiengründungen gibt es Vereinbarkeitskonzepte, dass ich auch zu dem Arbeitgeber wieder zurück kann. Vielleicht in Teilen oder vielleicht dann eben auch nach einem gewissen Zeitraum. Das sind aber Dinge, darüber muss sich der Arbeitgeber Gedanken machen. Und das ist nicht so einfach, weil schlussendlich die Masse an Pflegefachkräften fehlt. Also Vereinbarkeit ist schön, Arbeits- und Rahmenbedingungen ist wunderbar. Und ich kenne wirklich viele Unternehmen, die sich auf diesen Weg machen, auch daran zu arbeiten, auch an Bindungselementen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich schon sehr grenzwertig, wenn einfach die Leute fehlen. Und dann kann man noch so tolle Arbeitsbedingungen haben, wenn ich niemanden finde, der einspringt. Oder wenn ich keine, wie sagen sie, Mutti- oder Vattituren oder sowas in der Form anbieten kann, weil ich im ländlichen Raum bin und eh Schwierigkeiten habe, zum Beispiel an Fachkräfte heranzukommen. Das ist im ländlichen Raum noch schwieriger als natürlich in der Stadt. Aber Herr Horst, Sie sind ja im Bündnis für Pflege tätig. Ich denke, da ist das ja auch häufig ein Thema. Denn es gibt doch wenig Sinn, wenn ich bei abnehmenden Fachkräften Möglichkeiten, ich endlich eine Pflegekraft habe, die muss ich doch hegen und pflegen, motivieren und so weiter, damit sie wenig nach acht Jahren in ein anderes Berufsfeld geht, wo es vielleicht nicht so stressig ist, wo vielleicht kein Schichtbetrieb ist. Da müsste doch systematisch über alle Pflegedienste weg was getan werden. Also ich denke, dass also moderne Arbeitgeber genau das ja auch tun, dass sie das ja auch erkannt haben, dass sie nur über die Pflege von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sie bekommen haben, auch für die Zukunft Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Das ist aber so eins, dass also die einzelnen Mitarbeiter dort etwas tun können. Darüber hinaus muss man aber auch gucken, wie die Rahmenbedingungen eigentlich sind, das, was Sie angesprochen haben. Es gibt da ja durchaus unterschiedliche Bereiche. Also gerade in der Pflege, wenn man das mal über die Jahre betrachtet, da haben sich auch Arbeitsformen auch etabliert, wie sie in anderen Bereichen auch da waren. Also diese arbeitsteilige Form, die macht es ja nicht spannender für die Menschen, die in der Pflege tätig sind. Und es zeigt sich ja durchaus, dass es Bereiche gibt, wo auch Menschen in der Pflege über Jahre und Jahrzehnte tätig sind, dass sie dabei sind. Da kann man, glaube ich, aber nachvollziehen, dass die in Bereichen arbeiten und dass sie sich Bereiche gesucht haben, wo sie tatsächlich auch als Personen etwas gestalten können. Wenn man die Bereiche der Hospizarbeit zum Beispiel nimmt. Mittlerweile sind ja die stationären Hospize die ersten auch 20, 25 Jahre alt. Und es zeigt sich, dass in diesen Einrichtungen durchaus die Mitarbeiter sehr langjährig tätig sind. Obwohl das ja so eine intensive und schwere Arbeit ist. Aber die Art und Weise, wie sie dort arbeiten, wie auch ihre Verantwortung, die sie tragen, ernst genommen wird. Ich glaube, das unterscheidet das nochmal deutlich von anderen Einrichtungen. Und ich glaube, da muss einfach auch die Struktur sich ändern. Da müssen die Rahmenbedingungen anders werden. Da müssen die Kostenträger, da muss die Politik was dran tun. Da müssen sie gemeinsam dran arbeiten. Weil auch die Träger haben natürlich Rahmenbedingungen. Wenn es beispielsweise darum geht, wie viel Personal wird denn überhaupt anerkannt? Wie viel wird zugrunde gelegt in den Rahmenrichtlinien? Was sie überhaupt beschäftigen dürfen? Wenn es dann um die Frage geht, wie teuer darf denn Pflege sein? Und diese Dinge. Also das sind so diese strukturellen Fragen auf der einen Seite, die das mitprägen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass man tatsächlich vor Ort sich wirklich Gedanken machen muss, wie können wir Arbeit gestalten, die Rahmenbedingungen für Mitarbeiter gestalten, in dem, was vor Ort möglich ist. Und dazu gehört glaube ich auch nochmal, wenn man dann so über die jeweilige Einrichtung hinausguckt, so die Frage, ja welche Konzepte von Pflege haben wir eigentlich für die Zukunft? Also das, wenn man auch heute über Fachkräftemangel spricht, dann leitet man das ja ab zunächst einmal von den Einrichtungsformen, auch die wir jetzt kennen. Und die Frage ist ja schon auch so, kommen wir mit diesen Konzepten auch für die Zukunft noch weiter? Ja, erstaunlich war ja für mich auch, wenn wir mal so ein bisschen, und die Welt hat sich ja bei uns seit etwa 18 Monaten geändert. Durch die Corona-Pandemie leben wir anders, erleben wir ja eine andere Normalität. Und für mich war überraschend in dieser Dekade, den 18 Monaten, dass so was Sterbefälle betraf, häufig genannt wurden Seniorenheime. Da sind ja Personen gestorben, an oder mit Corona, das hat man glaube ich gar nicht für möglich gehalten. Hat das was zu tun mit der Überforderung der Pflegekräfte oder damit zu tun, dass die ausreichende Zahl fehlte? Was ist denn die Ursache da gewesen? Das ist ja geradezu auffällig gewesen. Manche Pflegeheime oder manche Seniorenheime mussten ja eine Zeit lang sogar geschlossen werden, weil es gar nicht anders ging. Kann uns das nochmal passieren? Also ich könnte das jetzt nicht so spontan, also festmachen an den Pflegefachkräften, sondern ich glaube, das ist ja eine allgemeine Situation, die man, also wenn man das mal so beobachtet, auch früher kannte, in Krisensituationen, gerade die älteren Menschen, wenn sie merken, ihre Perspektive geht ihnen verloren, dass dann auch Leben zu Ende geht. Also dass das durchaus auch etwas Natürliches ist, dass Menschen dann keine Kraft mehr haben und keine Kraft mehr finden. Natürlich haben die Rahmenbedingungen auch was dazu getragen, aber ich glaube, dass also für Menschen, die dann unter Einsamkeit leiden, die keinen Kontakt mehr zu ihren Angehörigen haben, da geht die Perspektive für Leben tatsächlich verloren und die Kräfte nehmen auch ab. Ja. Ist das für Sie auch die Hauptursache gewesen oder war das auch mangelnde Anzahl des Personals? Qualität, Quantität? Also ich glaube, ein ganz großes Problem lag darin, dass keiner am Anfang so richtig wusste, wie er sich eigentlich verhalten soll. Also ich fand die Pflegeeinrichtungen, auch die ambulanten Dienste wurden extrem alleingelassen in der Entscheidung darin, wie sie jetzt eigentlich handeln sollen. Sollen sie schließen, sollen sie es nicht tun? Sie waren, Einrichtungsleitungen waren, ich sage mal, mit einem Fuß im Gefängnis, weil sie gar nicht so wirklich wussten, mit welchem Konzept soll ich jetzt hier eigentlich irgendwas anfangen? Also wir waren ja alle vor dem großen Fragezeichen. Und ich finde, da hat man sehr gesehen, wie alleingelassen auch die Gesundheitseinrichtungen waren. Man hat ja eigentlich da auch erst gemerkt, oh, wir brauchen Gesundheitsämter. Also ich würde behaupten, die waren sozusagen im Schatten des Daseins. Ja, Gesundheitsämter, da hat sich vorher keiner drum gekümmert. Und man hat halt erst mal gemerkt, wie wichtig die Gesundheitsversorgung, die Daseinvorsorge ist, ist, dass Gesundheitsämter dafür verantwortlich sind, eben auch Gesundheitseinrichtungen zu führen, ihnen Hinweise zu geben, wie sie sich zum Beispiel in solchen Situationen verhalten können. Und man hat halt gemerkt, in dieses System hat überhaupt gar keiner mehr Geld reingesteckt, seit Jahrzehnten nicht. Und genau, also von daher würde ich, wenn es zu, da es ja auch teilweise in die Situation gekommen ist, dass Pflegeeinrichtungen ja komplett dicht machen mussten, war es insbesondere eigentlich der Schluss, ich weiß gar nicht, wie ich es anders machen soll. Und dadurch ist sicherlich in der Situation an das Thema Vereinsamung, das Thema natürlich auch Erkrankungen und eine völlige Überforderung des Personals dann an der Stelle auch und durch die Führungskräfte entstanden. Wie sind Sie denn damit umgegangen in Ihren Einrichtungen, Frau Nordmann? Sie sind ja für die besonders pflegeintensiven Fälle vorwiegend zuständig. Ja, und tatsächlich auch komplett die gesamte Risikogruppe, also Menschen, die auch durchaus Lungen vorerkrankt sind und besonders immungeschwächt, auch durchaus verschiedene Erkrankungen haben. Also wir waren auch genau voller Angst und Sorge, dass wir möglichst alles richtig machen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir es schaffen, einen Ausbruch zu vermeiden. Ich habe nicht damit gerechnet, aber wir haben es geschafft. Bisher, muss man ja sagen. Durch eine absolute Konzentration auf Hygienemaßnahmen und deren sofortige Umsetzung haben wir uns einfach angepasst, weil das Problem war auch tatsächlich, dass ambulante Wohngemeinschaften gar nicht von den Landesverordnungen und den Vorgaben erst mal betroffen waren. Das war so eine Lücke im System, denn wir sind nicht Betreiber von Pflegeeinrichtungen, sondern wir sind betreuende Pflegedienste in selbstbestimmten Wohngemeinschaften, wo eigentlich die Angehörigen und vor allem die Mitbewohner selbst entscheiden, wer kommen und gehen darf. Und plötzlich waren wir vor eine Situation gestellt, dass wir den Zu- und Angehörigen sagen mussten, sie dürfen hier nicht mehr rein, obwohl wir nur Gast im Hause sind. Und das war eine sehr schwierige Situation. Wir haben also eigentlich gezeigt, eine selbstbestimmte Wohngemeinschaft kann in dem Moment nicht mehr so weitergeführt werden, weil die Einrichtung, der Pflegedienst plötzlich gesagt hat, wir brauchen eine Besucherregelung. Und das war aber im Widerspruch. Also bei normalen Pflegewohngemeinschaften wäre das vielleicht noch gegangen, aber nicht in Wohngemeinschaften mit beatmeten Patienten. Also so haben wir alles Mögliche getan, dann aber auch über Videocalls, also dass man über Skype-Anrufe mit den Angehörigen kommunizieren konnte, dass man sich auch über die Menschen, die tatsächlich palliativ waren, also im Sterbeprozess, dass sie trotzdem Besuch bekommen, dass man am Fenster und draußen sich getroffen hat. Also wir mussten einfach kreative Lösungen finden, damit wir trotzdem auch nicht nur die Hygiene aufrechterhalten und Infektionsschutz betreiben, sondern eben auch, dass die Menschen nicht isoliert sind und dennoch Zugang zu sozialen Kontakten und zur Teilhabe haben. Nun unterscheiden wir ja, glaube ich, häusliche Pflege, ambulante Pflege, stationäre Pflege. Wie wird denn da, wenn wir so, wir haben ja vorhin über die Zukunft 32 gesprochen, wie wird sich nach Ihrer Ansicht so das verändern in der häuslichen, ambulan und stationär? Wo wird es zunehmend sein? Stationär. Stationär wird es zunehmend sein. Und wie ist es mit der häuslichen? Eher weniger? Ja, aber das liegt auch einfach an dem Versorgungsschlüssel. Also wie wollen wir, man muss sich das ja vorstellen, dass natürlich stationär wir die Situation haben. Das bedeutet nicht, dass ich das befürworte, muss ich an der Stelle nochmal unterstreichen, sondern ich glaube, das ist die logische Konsequenz. Man hat natürlich, wie in Wohngruppen oder im stationären Kontext, einfach, man braucht weniger Personen, um versorgen zu können. Weil man sie an einem Platz hat. Und Kosten werden sich geteilt. Und das hat man natürlich weder in der Intensivbetreuung logischerweise, in der ambulanten Versorgung, da hat man eben eine 1 zu 1 Versorgung. Die ist teurer, die ist ressourcenaufwendiger und die ist natürlich von der Infrastruktur her auch sehr herausfordernd, wenn wir den Lendenraum betrachten. So, das ist ja schlussendlich auch die Diskussion, die wir mit Zentralkliniken haben etc. Also es geht immer darum, wie können wir eigentlich die paar Leute, die sozusagen noch da sind, irgendwie an eine Stelle bringen, damit wir sie versorgen können. Deswegen, wie gesagt, ich befürworte das nicht, aber ich glaube, dass der stationäre Charakter sich durchsetzen werden muss, weil wir einfach zu wenig Menschen haben, die in dem System versorgen können, glaube ich. Das heißt stationär eher in größeren Einheiten oder eher individueller? Ja, das ist wahrscheinlich eine Sache, die sich auch entwickeln wird. Ich glaube, es ist ja zum Beispiel so, dass viele stationäre Pflegeeinrichtungen aus einer stationären Pflegeeinrichtung acht WGs gemacht haben. Also es sind vielleicht auch kleinere Einheiten vielleicht, die aber schneller und einfacher zu befahren sind zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Denn es gibt ja viel für euch ja sehr große Seniorenheimen mit Hunderten von Bewohnern da. Und wie wird da die Tendenz sein? Eher in diese Richtung? Das kann ich so nicht sagen. Ich vermute wahrscheinlich auch, dass sich das nochmal im Laufe der nächsten Jahrzehnte verändern wird. Es ist ja auch so, dass irgendwann die Babyboomer-Generation verstirbt, sage ich jetzt mal. Nicht eine Generation an sich, aber natürlich Schritt für Schritt. Und dann werden wieder sehr wenige Menschen in die Versorgung müssen. Das heißt also, alles, was wir jetzt an Infrastruktur aufbauen, sollte auch so sein, dass man das schlussendlich vielleicht wieder auch ambulantisieren kann. Weshalb heißt Ihre Firma eigentlich Pflegepioniere? Was treiben Sie realistischerweise? Das frage ich mich auch jeden Morgen bei meinem Kaffee und dem Daily. Genau, also die Pflegepioniere, wir sind ein kleines Beratungsunternehmen. Und unsere Aufgabe ist es, Pflegeunternehmen, also ambulant wie stationär beispielsweise, dabei zu unterstützen, dass sie sich in einer personalen Organisationsentwicklung weiterbringen können. Also das heißt in Schulung, in Beratung, Weiterbildung, aber auch innovative neue Ansätze spielen können, ausprobieren. Und weil es muss ja weitergehen. Und ich sehe mich als Pionierin, weil wir ganz oft eben sozial innovative Ansätze auch anbringen in den Unternehmen. Ihnen das vorstellen, Ihnen erzählen, wie ist es woanders. Also auch so ein bisschen diesen Wissenstransfer, weil... Also quasi Erfahrungsaustausch. Genau, richtig. Ich bringe dann so ein bisschen so ein Bündel mit an Optionen und wir schauen dann halt immer, wo schmerzt es am meisten. Also wo ist so der größte Need, sage ich jetzt mal, der größte Bedarf. Und dann bauen wir mit den Pflegeunternehmen einen Schulungsansatz oder einen Beratungsansatz zusammen und wir gucken immer, dass die Förderung noch dazu gemacht wird. Also das heißt, Förderanträge stellen, zu gucken, ist das vielleicht ein bisschen günstiger, kann man das nachhaltiger gestalten, weil man Förderung nutzt, kann man vielleicht mehr einkaufen, auch für ein Jahr oder mal zwei Jahre. Und man ist nicht irgendwie immer nur auf die punktgenaue Beratung angewiesen. Ja, genau. Zum Beispiel sowas. Okay. Und das stützt diese Tätigkeit auch Sie in Ihrem Bündnis für Pflege? Nein, wir wissen ja noch nicht gemacht, aber das könnte ja auch noch mal so etwas sein. Ja, okay. Das Bündnis Pflege ist ja so ein Netzwerk in der Stadt Oldenburg, wo die unterschiedlichen Akteure eigentlich im Gesundheitswesen zusammenkommen. Also dort in diesem Bündnis Pflege sind ja sowohl die Krankenkassen vertreten, da sind die Pflegedienste ambulant stationär vertreten, da ist die Kommune vertreten in den verschiedenen Bereichen, also über das Amt für Teilhabe, über die Politik. Da sind die Betroffenen vertreten, über die Sozialverbände, aber auch über den Bereich der Selbsthilfe. Das sind die Krankenhäuser mit den Sozialdiensten vertreten und in diesem Bündnis Pflege geht es ja darum, dass diese Akteure zusammengebracht werden, um gemeinsam zu überlegen, was brauchen wir eigentlich in den nächsten Jahren oder in der nächsten Zeit für die Stadt Oldenburg. Da spielt dann zum Beispiel, hat zuletzt das Thema Fachkräftemangel eine Rolle gespielt, dazu gibt es eine Arbeitsgruppe, aber auch so gibt es eine andere Arbeitsgruppe, die sich Gedanken darüber gemacht, wie muss eigentlich so die Versorgungsentwicklung im Quartier sein? Und aus dieser Arbeitsgruppe sind gerade auch jetzt für den Sozialausschuss zwei Initiativen vorbereitet, wo es um die Frage geht, wie wollen denn eigentlich Menschen, die pflegebedürftig sind, wohnen in Zukunft? Und da geht es ganz konkret also um diese ambulant betreuten Pflegewohnengemeinschaften auf der einen Seite und auf der anderen Seite um eine Initiative, da geht es um die Frage des sogenannten betreuten Wohnens. Also auch bei den Menschen verändert sich ja etwas, was Sie eigentlich an Vorstellungen haben, unter welchen Bedingungen möchte ich eigentlich leben und auch gepflegt werden. Ja, ist ja schön, dass Sie so einen Erfahrungsaustausch haben möchten und Sie blickten ja gerade dabei auch mit Ihren Handzeilen, Sie auch von Nordmann, Sie mit der Firma Emmerda sind ja da auch in der Tat tätig, was Herr Ross gerade meinte. Sie haben hier aufgebaut, eine Firma für ambulante Heilpflege und eine kleinere Einheit und da haben wir so vor einigen Tagen bei Ihnen einen kleinen Film gedreht, um mal zu gucken, wie geht es denn da bei Ihnen so täglich vonstatten in Ihrer ambulanten, intensiven Heilpflege. Und das wollen wir uns jetzt mal einmal anschauen. Menschen mit Intensivpflegebedarf, also einem Pflegegrad von drei bis fünf, sind in Oldenburg gut und modern untergebracht, wenn sie einen Platz in der Immerda Intensivpflege-WG im Thiemannhof in Neudonnerschwebe kommen. Der Aufenthalt in der Einrichtung ist für neun Patienten mit unterschiedlichsten Einschränkungen ausgelegt. Kira Nordmann, Geschäftsführerin von Immerda GmbH. Es ist ganz verschieden, also es gibt Menschen, die haben einen hohen Pflegebedarf und sind trotzdem selbstständig. Also wir haben hier zum Beispiel auch Patienten, die sind fußläufig unterwegs, die können wirklich noch aktiv am Leben teilnehmen. Und wir haben Patienten, die sind körperlich stark eingeschränkt, zum Beispiel weil sie eine neurologische Erkrankung haben. Die sind dann im Bett oder werden in den Rollstuhl mobilisiert. Auch wenn sie komplett Hilfe brauchen, nehmen sie aktiv am Leben teil. Durch den Krankenhausaufenthalt und natürlich auch die Erkrankung haben die Patienten oft das Gefühl, sich nicht mehr um die eigenen Bedürfnisse kümmern zu können. Doch bei Immerda wird genau darauf viel Wert gelegt. Auch wenn sie sich kopfabwärts nicht bewegen können, haben die sehr wohl noch einen Kopf und können denken und steuern und wollen auch den Alltag gestalten und sagen, heute möchte ich gerne spazieren gehen zum Beispiel. Und wenn sie das verbal nicht mehr äußern können, haben sie eine unterstützte Kommunikation, das heißt so einen kleinen Sprechcomputer zum Beispiel oder eine Schreibtafel. Also es gibt verschiedene Wege, auf denen wir uns verständigen. Und wir kommen jedes Mal in einer sogenannten WG-Ratssitzung zusammen. Das heißt, da sind dann die Patienten selbst, die Pflegekunden selbst oder die Vertreter, Angehörige und die gestalten den Alltag. Die entscheiden, wie wird Weihnachten gefeiert, machen wir ein Adventscafé oder ähnliches und was wird an Aktivitäten geplant oder nicht. Auch besteht die Möglichkeit, Bilder und Einrichtungsgegenstände von zu Hause mitzunehmen und auch die Mahlzeiten werden hier frisch zubereitet. Alle zwei Tage wird nach den Wünschen der Patienten gekocht. Zudem soll die Pflegeeinrichtung bezahlbar sein. Wohn-Betreuungsschlüssel. Hier ist eine Fachkraft für drei Patienten. Das heißt, das muss natürlich auch refinanziert werden und das zahlt die Krankenkasse und ein Teil die Pflegekasse. Und es gibt einen kleinen Eigenanteil, der ist aber nicht höher als in anderen Pflegeeinrichtungen oder im betreuten Wohnen auch. Fallbetreuer kümmern sich darum, dass mit dem Übergang in die Pflegeeinrichtung auch der Übergang zurück nach Hause reibungslos klappt. Anträge stellen, Hilfsmittel beschaffen. Lösungen werden gemeinsam mit den Patienten und den Angehörigen gefunden. Ja, das war so ein kleiner Eindruck von dem Timanhof, in dem wir uns über verschiedene Dinge unterhalten haben. Wie ist denn der Andrang bei Ihnen auf dem Timanhof? Haben Sie eine lange Warteliste? Ja, leider schon, muss man sagen. Also das ist aus unternehmerischer Sicht natürlich immer schön, aber auf der anderen Seite zeigt das auch, dass der Bedarf immens groß ist. Auch die Nachfrage nach klassischer Pflege eigentlich, nach der ganz normalen Grundpflege, die eben die Nichtschwerstpflegebedürftigen betrifft, der ist so groß. Und viele Menschen, vielleicht kann das auch mal jeder für sich selbst da mal so reinfühlen, wünschen sich in kleineren Wohnformen zu leben. Und eben, so wie Melanie das gesagt hat, nicht unbedingt in einer großen Einrichtung. Und dafür braucht es eben diese neuen alternativen Wohnformen und Konzepte. Und ich glaube, die Wohngemeinschaften sind ein Ansatz in diese Richtung. Natürlich nicht in jeder Pflegesituation mit diesem hohen Personalschlüssel möglich. Da würden die Fachkräfte durchaus nicht reichen, die es noch verfügbar gibt. Aber auf dem Gelände, wir befinden uns da ja auf dem Quartier Neudonner-Schwee, gibt es ja insgesamt fünf Wohngemeinschaften. Also wir betreiben vier davon, drei Dreier-WGs und eine Neuner-WG. Und es gibt auch noch eine Senioren-WG, wo auch Menschen mit Demenzerkrankungen leben können. Und auch diese haben eine wahnsinnig hohe Nachfrage. Außerdem gibt es ein Mehrgenerationen-Projekt auf dem Gelände, das wesentlich größer angelegt ist, wo auch schon das betreute Wohnen mit vorgedacht wird. Das sind eben Teile oder Konzepte, die auch zum Beispiel im Bündnis für Pflege, wie Herr Ross das beschrieben hat, durchaus entwickelt werden. Also Quartiersgerechte neue Wohn- und Pflegekonzepte. Und das kann natürlich wunderbar klappen, wenn es solche Organisationen und ehrenamtliche Vereine und Netzwerke gibt, wo sich Menschen eben engagieren, solche Lösungen zu finden. Nun kann ich mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere Zuschauer sich denkt, naja, diese überschaubare Einheit, also für drei Zufliegende eine Betreuungskraft, das muss ja auch erst mal zu bezahlen sein. Wie ist denn, zahlt man bei Ihnen wesentlich mehr an Eigenanteil, wenn man sich für Ihre Einrichtung entscheidet gegenüber einem Seniorenheim? Nein, das liegt aber ganz einfach daran, dass in einem normalen Pflege- und Seniorenheim werden die sogenannten Hotelkosten sozusagen nicht von der Pflegekasse übernommen. Das ist bei uns auch so, also die Wohnkosten müssen immer selbst gezahlt werden. Im Pflegeheim, in der stationären Einrichtung kann die Einrichtung selbst nur mit der Pflegekasse abrechnen, nicht mit der Krankenkasse. Also die sogenannte Behandlungspflege kann dort nicht abgerechnet werden. Und die Pflegekunden, Mieter, die bei uns in den Wohngemeinschaften leben, haben einen hohen Anspruch an dieser besonderen Behandlungspflege. Und die wird von der Krankenkasse nur bezahlt, weil die Menschen wirklich akut lebensgefährdet sind, durch einen Luftröhrenschnitt zum Beispiel. Und das macht diesen hohen Betreuungsschlüssel aus und die hohe Refinanzierbarkeit. Die klassische Pflege, die eben die alltäglichen Aktivitäten des täglichen Lebens betreffen, waschen, anziehen, Kleidungswechsel, die werden nicht unbedingt von einer Pflegefachkraft ausgeübt, beziehungsweise es ist auch so definiert im Pflegeversicherungsgesetz, dass das auch Hilfskräfte machen dürfen und bedarf nicht einer so hohen Refinanzierung. Aber was Sie fragten, also der Eigenanteil beläuft sich bei uns nicht höher als in einer normalen Pflegeeinrichtung auch. Okay. Mögen Sie eine Summe nennen? Ja, bei uns sind das maximal 750 Euro. Die man quasi aus dem eigenen Portemonnaie oder der Vermögenssituation und so weiter zahlen muss. Da gibt es eine Abgrenzungsrichtlinie, die gibt es noch nicht so lange, das war irgendwann mal anders. Da hat der MDK erstmal begutachten müssen, wie viele Pflegeminuten und so weiter. Das ist in der Pflegeversicherung jetzt klar definiert, wie viel wird von der Pflegekasse bezahlt, wie viel von der Krankenkasse und wie hoch ist der Eigenanteil. Und das sind zwischen 150 und 750 Euro. Okay. Also umso kranker man ist, desto günstiger wird es. Ja. Das kann man eigentlich so sagen. Also ich bin gerade ganz überrascht, weil in einer normalen Pflegeeinrichtung liegen wir ja ungefähr bei 1.000, 1.500, 1.800 Eigenanteil. Das geht ja auch nach oben. Das ist schon interessant, ja. Also das ist aber dieses verquerte Bild von Pflege und Versorgung, da kommt es sozusagen auf den Punkt. Auch was die Finanzierung angeht, es ist überhaupt nicht mal nachzuvollziehen, auch die ganze Situation der Finanzierung von Versorgung. Wir haben schlussendlich, sage ich mal, 1996 uns entschieden, die Pflegeversicherung einzuführen. Auch das ganze Thema Gesundheit aus den Händen der Kommunen zu nehmen, sage ich mal, hat ja auch seine Gründe. Also wollten nicht mehr so viel bezahlen für die Versorgung. Deswegen sollte die Versicherung kommen. Das Ganze wurde privatisiert. Und das hat halt schlussendlich die Konsequenz, dass eben Kommunen das Thema Gesundheit auch komplett abgegeben haben. Und gerade jetzt eigentlich die große Frage da ist, wollen wir Quartiersversorgung? Wie sollen sich Kommunen einbringen können in Zukunft? Die klassische Dorfschwester, man kennt sie ja auch Gemeindeschwester, so eine von früher. Das sind ja alles Konzepte und Bilder, die wiederkommen. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass wir komplett privatisiert sind und die Rolle rückwärts ist schwierig. Ja, und die ganze Finanzierung ist nur auf Leistungskataloge aus. Es geht halt nicht um eine patientenzentrierte Versorgung, wobei ich sagen muss, bei euch schon fast noch mehr. Aber so in der generellen Pflege, sage ich mal, da geht es wirklich nur noch darum, Leistungen abzuliefern und das abrechnen zu können, sozusagen. Also ich meine das jetzt nicht aus Sicht des Pflegedienstes, sondern generell, um die Pflegekraft dort abzurechnen. Aber es geht gar nicht darum, was braucht der Patient halt wirklich. Und da ist natürlich dieser Budgetansatz, also es entwickelt sich auch gerade viel weiter in der Versorgung. Und der Budgetansatz sagt halt, wir arbeiten jetzt eben nicht mehr so nach diesen Leistungskatalogen klassisch, sondern du bekommst halt Geld und das kannst du ausgeben für die Dinge, die du brauchst. Aber es ist, wie gesagt, es ist ein großer Wandel und das größte Problem sehe ich tatsächlich daran, dass das Thema aus den Kommunen herausgenommen worden ist, wo wir uns jetzt schlussendlich ärgern eigentlich, dass das passiert ist. Und jetzt der Rückweg ist also sehr einseitig unter dem Aspekt der Finanzierung gesehen. Und das heißt, also dieses ganze Instrument einer Planung hat es eigentlich so gar nicht gegeben, sondern auch im Bereich der Pflege, das ist Marktwirtschaft. Wenn es Anbieter gibt, die etwas machen wollen, dann können sie entsprechend Versorgungsverträge schließen. Dann hat es auch gesetzliche Regelungen gegeben, dass etwas abrechnenbar ist. Aber gerade in den Kommunen gibt es eigentlich keine Orte, wo so etwas wie eine Planung, eine Absprache, ein Miteinander überlegen gibt. Was brauchen wir denn eigentlich für die Zukunft? Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, wo auch das Bündnis Pflege jetzt ansetzt, ist eben, weil dort die unterschiedlichen Beteiligten zusammensitzen und dass wir jetzt der Stadt Oldenburg den Auftrag auch geben wollen, hier die Kommune muss sich mit den entsprechenden Krankenkassen, Pflegekassen, den Betroffenen und den Akteuren zusammensetzen und muss gemeinsam überlegen, wo muss es eigentlich hingehen in den nächsten Jahren. Und das ist etwas Neues, wobei das also schon auch toll ist. Also diese Netzwerke zeigen das auch, dass in Oldenburg da eine Menge möglich ist über diese Netzwerke. Wenn Sie nun Pflegekräfte suchen, dann melden Sie sich ja häufig auch Personen mit Migrationshintergrund. Da haben Sie, glaube ich, so ein Projekt Bridge gegründet. Was versteht man darunter? Also das Projekt Bridge hat sich jetzt auf Ärztinnen und Ärzte bezogen. Ach so, auf Ärztinnen und Ärzte, nicht Pflegekräfte. Genau, also wir unterstützen auch Pflegekräfte dahingehend, dass sie ihre Kenntnisprüfungen schaffen. Wir hatten vorhin noch kurz drüber gesprochen. Das ist eine große Herausforderung für jemanden, der die deutsche Sprache ebenso noch nicht kann, auf einem hohen Niveau, dann auch noch auf unser Gesundheitsniveau zu kommen. Das meine ich auch nicht despektierlich. Jeder hat unterschiedliche, also unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Ansätze. Und andere würden jetzt wahrscheinlich sagen, Deutschland gehört eigentlich, weil es nicht akademisiert ist, mit zu den vielleicht sogar qualitativ weniger ausgeprägten Ansätzen, eine Gesundheitsversorgung zu betreiben. Aber tatsächlich ist es eben so, dass der Standard ja vergleichbar sein muss. Und wir haben bei Menschen mit Migrationshintergrund, also bei Pflegefachkräften, wie auch bei den Ärztinnen und Ärzten eine Sache festgestellt. Die deutsche Sprache ist so wichtig. Heißt also, da muss alle Kraft reingesteckt werden, dass die deutsche Sprache beherrscht wird. Da reicht kein B1, also wer es sich so ein bisschen auskennt, so ein bisschen die Mittelstufe sozusagen in dem Sprachniveau. Sondern da müssen wir wirklich bis zum C1-Niveau hochgehen. Und es ist halt eben auch wichtig, dass der Smalltalk beherrscht wird. Es ist wichtig, dass kommuniziert werden kann, weil man darf halt nicht unterschätzen, gerade im Ausland haben wir Pflegefachkräfte, die sind im OP, die sind ganz anders eingebunden, die sind im Krankenhaus vor allem. Also eine Altenpflege, das kennt man im Ausland fast gar nicht wirklich. Das macht Familie, ja, so. Und das bedeutet also, diese ganzen grundpflegerischen Tätigkeiten, der Umgang mit den Menschen ist zwar herzlich, gar keine Frage, aber eben das Thema der Kommunikation relevant. Und wenn wir die Qualität dahinter sehen, das heißt also, wie wird dokumentiert, wie wird versorgt, wie ist der Umgang mit Hygiene und so weiter, das ist halt einfach anders in ihren Ländern. Das müssen wir vermitteln. Und das findet noch viel zu wenig statt, aufgrund des Fachkräftemangels. Und wir sehen das ganz klar. Und ich kann es auch nachvollziehen, wir brauchen die Leute so schnell wie möglich ins Tun bringen, erst noch mal als Pflegehelfer im Einsatz. Und so was, es gibt ja eh wenig Praxisanleitungen, schon für die Auszubildenden. Die brauchen schlussendlich eigentlich auch eine Praxisanleitung. Das findet alles nicht statt. Und das erkennen wir häufig in unseren Kursen, versuchen das aufzuholen, versuchen die Menschen auf ihre Prüfung vorzubereiten. Aber wie gesagt, das größte Manko ist da wirklich immer wieder die deutsche Sprache. Und das will ich noch mal kurz dazu sagen, auch gerade bei den Ärztinnen und Ärzten. Es geht ja nicht nur darum, das hat vielleicht jeder von uns schon erlebt, man ist im Krankenhaus. Und man hat das Gefühl, ich glaube, der Arzt hat mich nicht verstanden oder ich habe den Arzt nicht verstanden, oder die Ärztin. Aber auch der Gegenüber, also die Pflegekraft oder die Ärztin oder der Arzt, versteht ja auch die Dinge nicht richtig vielleicht. Also auch die Unsicherheit, die ich als Mensch mit Migrationshintergrund, als Arzt oder Fachkraft mit Migrationshintergrund habe, das geht ja auch mit mir. Das heißt also, das Thema der selbstständigen Versorgung dann sozusagen als selbstbewusste Fachkraft oder Arzt oder Ärztin dann durchs Krankenhaus zu gehen, fehlt da auch. Und so haben wir einfach wirklich auch ein Qualitätsproblem. Und zu Attraktivität gehört wahrscheinlich auch die vernünftige Dotierung, oder? Dass die Finanzierung der Gehälter meinen Sie jetzt? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja, ich muss aber an der Stelle noch mal sagen, dass ja an ganz vielen Stellen gar nicht schlecht bezahlt wird. Also das muss man auch noch mal sagen. Ich weiß, es ist jetzt gerade ein totales Thema. Und gerade die privaten Dienste werden oder auch die privaten Einrichtungen werden da extrem ins Visier genommen. Und es gibt bestimmt auch ganz viele, wo das passiert und wo schlecht bezahlt wird. Das wollen wir uns mal angucken. Wir haben so einen kleinen Film. Es gab ja vor einiger Zeit in Oldenburg so eine Demonstration der Pflegekräfte, die nochmal auf ihre Finanzsituation, ihre Einkommenssituation hinweisen wollten. Und dann wollen wir gleich mal gucken, wie es denn bei Ihnen ist, Frau Nordmann. So, aber erst mal den Film. Auf dem Schlossplatz demonstrierten am Dienstag Menschen, um auf die Interessen aller Pflegekräfte aufmerksam zu machen. Sei es Kinderkrankenpfleger, Altenpfleger, stationär oder ambulant. In Absprache mit der Polizei wurde ein Protestmarsch um die Oldenburger Innenstadt veranstaltet. Endpunkt war dann wieder der Schlossplatz, wo Redner aus verschiedenen Pflegebereichen die Probleme und Schwierigkeiten aus ihrem Arbeitsumfeld darlegten und zur Diskussion stellten. Also, los geht's. Eine der Forderungen ist die Umsetzung von Personaluntergrenzen in allen Pflegebereichen, damit geschützte Arbeitsbedingungen eingehalten und keine Pflege im Akkord notwendig ist. Aber auch sichere Arbeitszeiten sowie eine bessere Vergütung sind nur einige Punkte, die die Demonstranten bewegen. Wir wollen halt für alle Pflegekräfte Personaluntergrenzen. Das ist ein Begriff, der bezieht sich im Moment sehr aufs Krankenhaus, dass man also sagt, eine Pflegekraft darf maximal so und so viele Patienten betreuen. Und wir wollen das gerne, dass zumindest die Diskussion angestoßen wird, dass das in allen Pflegebereichen eingeführt wird. Außerdem möchten wir gerne erreichen, dass unsere Arbeitszeiten sicherer werden, dass wir wirklich unsere Wochenenden planen können, dass wir nicht immer ungeplant einspringen müssen. Für den Bereich der ambulanten Pflege, Altenpflege, möchten wir gerne, dass zum Beispiel geteilte Dienste abgeschafft werden. Geteilte Dienste bedeutet, eine Pflegekraft kommt morgens von 7 bis 12, geht dann für zwei, drei Stunden nach Hause und kommt abends wieder, um dann weiter zu pflegen. Damit ist natürlich so ein Arbeitstag, der zerlegt einem dann sozusagen sämtliche Freizeit, die einem noch übrig bleibt. Die Umstände, in denen die Pflegekräfte arbeiten, haben sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschärft. Die Arbeitsdichte hat unheimlich zugenommen. Also man hat immer mehr und mehr Bewohner, Patienten zu betreuen. Und das geht natürlich auf lange Sicht nicht gut. Das zeigt sich ja auch, dass viele Pflegekräfte jetzt sagen, ich habe die Schnauze voll, ich höre ganz auf. Und diese Zahlen nehmen ja zu. Deshalb müssen Wege gefunden werden, um diesen Beruf attraktiver zu gestalten. Dabei spielt die Regierung eine wichtige Rolle. Jens Schulze erhofft sich noch mehr Unterstützung von der Politik. Schon vor Corona hat ja die Bundesregierung angestoßen, gerade im Altenpflegebereich, flächendeckend Tarifverträge bindend für die Arbeitgeber einzuführen. Da ist sehr viel Druck gemacht worden. Das wünschen wir uns natürlich für die Zukunft auch. Denn wir wollen ja nicht, dass Kollegen, die nicht mit diesen, oder über diese Tarifverträge abgesichert sind, später, wenn sie in die Rente gehen, in die Altersarmut verfallen. Durch den Protestmarsch wurden den Pflegekräften Gehör verschafft. Nun bleibt abzuwarten, ob die Politik diese Forderungen wahrnimmt und in Zukunft Maßnahmen angreift. Herr Ross, wie kam das im Bündnis für Pflege an? Diese Demonstration, wie kam das da an? Also in den Teilnehmern im Bündnis für Pflege ist das Verständnis. Das ist ja der Alltag. Weil da sitzen ja so diejenigen zusammen, die diese praktische Arbeit machen. Also da wird das genauso gesehen. Also sind die sogenannten Jocke-Punkte tatsächlich gewesen, die der Herr dort ansprach? Ja, ja. Die Frage ist ja, wie kommt man dort auch zu Lösungen? Ja, weil da auf der einen Seite kann man natürlich nach mehr Personal rufen, aber man muss es ja erst mal haben. Das ist im Moment auch eine Krux. Also da ist die Ausbildung ja auch dran, möglichst viele Menschen zu finden, die überhaupt wieder in diesen Bereich reingehen. Das ist so die eine Frage. Die zweite Frage ist aber auch, wenn man sagt, ja man braucht mehr Personal, wenn man die Belastung senken will für Mitarbeiter, dann braucht man mehr Personal. Das heißt natürlich auch, dass Pflege teurer wird. Und auch darüber muss eine Gesellschaft offen reden und sagen, ja, wenn wir diese gute Pflege wollen, dann müssen wir sie auch bezahlen. Und auch das ist so etwas, wo sich die Gesellschaft und die Politik sehr schwer tut, darüber offen zu reden, weil es eigentlich immer heißt, nee, das darf nicht teurer werden. Und das funktioniert nicht. Okay. Frau Nordmann, mal an Sie geredet. Wie bezahlen Sie Ihre Pflege? Nach Tarif? Nach Tarif. Nach Gefühl und Wellenstatt? Nach Tarif. Und zwar erst, und das liegt ja auch nicht immer, es wurde ja auch genannt, die Arbeitgeber werden jetzt gezwungen, auch die Kostenträger müssen ja gezwungen werden, weil das ist ja der wesentliche Punkt. Und wir hatten ja gerade schon über Pflegeversicherung und Krankenversicherung gesprochen. Und darüber werden ja die Pflegeheime refinanziert. Die meisten Pflegeheime verdienen übrigens ihr Geld auch mit der Immobilie. Das ist ganz häufig so, dass tatsächlich der Immobilienstandort dann ganz wichtiger ist. Aber da bin ich nicht so drin, weil ich keine Pflegeheimbetreiberin bin. Ich kann nur sagen, dass jetzt die Politik, und da ist was wirklich Gutes passiert, die Forderungen, die dort gestellt werden, dass überall Tarif gezahlt wird, auch in privaten Pflegeeinrichtungen, was ich sehr wichtig finde. Denn nur so können auch private Einrichtungen dem Wettbewerb standhalten und auch weiterhin den potenziellen Patienten zur Verfügung stehen, weil die schaffen ja auch wichtige Pflegeplätze. Also dass es politisch gefordert wird, macht ja möglich, dass die Kostenträger es auch refinanzieren müssen. Das heißt, wenn wir jetzt in die Kostenverhandlungen gehen als Pflegedienst, als ambulanter Pflegedienst, haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, so, und da wird nicht gedrückt am Preis, sondern wir zahlen Tarife und das kriegen wir auch. Wir zahlen nun mal 30 Urlaubstage und nicht Mindesturlaubstage oder Mindestlohn, so wie es bis vor kurzem noch war. Auch da wurde ja schon viel getan, dass der Mindestlohn in der Pflege sukzessive angehoben wurde. Aber ja auf Läpsche, ich glaube, 15,50 Euro in diesem Jahr. 15 Euro erst noch, im nächsten Jahr erst 15,50. Und jetzt die Forderung, dass ab September 2022 flächendeckend Tariflohn gezahlt wird. Und sonst können die Pflegeeinrichtungen keinen Versorgungsvertrag mehr schließen. Das ist ja eine konkrete Forderung. Und genau, und wir zahlen den Tariflohn auch schon jetzt, weil wir ihn auch jetzt schon refinanziert bekommen. Dann kommt also richtig schön geordneter Druck in das ganze System, sodass die zahlenden, in Anführungszeichen, schwarzen Schafe, die können dann nicht mehr abrechnen. Die können nicht abrechnen, beziehungsweise die müssen es halt mit den Kostenträgern vereinbaren, dass sie Tariflohn zahlen können. Und das ist natürlich auch ein Prozess, der ist nicht mal eben so getan. Da muss man sich beraten lassen, durchaus auch mit Sozialrecht, also mit Fachanwälten, die diese Verhandlungen vorantreiben, mit Menschen, die sich mit Zahlen auskennen. Also das kann man nicht immer alleine, dafür gibt es Berufsverbände und so weiter. Eins, bevor wir so allmählich zum Ende kommen, denn unsere Hinsenzeit ist ja leider auch begrenzt, habe ich noch mal eine Frage. Häufig hat man ja so die Situation, man kennt sich in vielen Dingen aus und dann passiert in der Familie urplötzlich eine Pflegesituation. Man ist Laie und wie geht man als Laie vor? Welchen Schritt? Eins, zwei, drei muss man denn machen, damit man von der Aufregung, von der Nervosität jetzt in ein konkretes, übersichtliches, logisches Handeln kommt? Das kommt erst mal ganz darauf an, wo sich der Mensch, der gerade pflegebedürftig wird, befindet. Ist er in der häuslichen Situation und ist plötzlich pflegebedürftig. Häufig entsteht sowas ja auch im Krankenhaus oder in einer Reha-Einrichtung, je nachdem, was gerade passiert ist. Warum entsteht diese Pflegebedürftigkeit einfach schleichend oder nach einer Operation zum Beispiel. Und da, wo dann dieser Bedarf festgestellt wird, wird auch, wenn im, ich sag mal, günstigsten Fall noch in einem Krankenhaus, ist ja ein Netzwerk von Experten da, zum Beispiel der Sozialdienst, der dann ein Konsil bekommt von der Station und die kommen dann wiederum und sprechen mit den Pflegekräften und schätzen dann schon mal so ein, ah, da gibt es einen Pflegebedarf, da müssen wir jetzt den medizinischen Dienst beauftragen. Ja, das wäre ein geordneter Fall. Ganz geordneter Fall. Aber in dem Fall, die Person ist zu Hause, fällt irgendwie die Treppe runter und der Arzt stellt fest, ja, sie müssen wohl und so weiter. Dann habe ich ja keinen Sozialdienst im Krankenhaus. Genau, dann gibt es andere Stellen, an die man sich wenden kann. Es gibt zum Beispiel Pflegestützpunkte, die wurden auch mit den Pflegereformen, und so weiter eingeführt. Und in jeder Stadt oder in jedem Landkreis gibt es einen solchen Pflegestützpunkt, ein neutrales Beratungsbüro, wo PflegeberaterInnen sitzen, die dann diese potenziellen Pflegebedürftigen beraten können. Die vermitteln weiter wiederum an andere Stellen, zum Beispiel an Pflegedienste, wo auch selbst PflegeberaterInnen sitzen, weil auch Pflegedienste können natürlich beraten, verbindlich oder unverbindlich, je nachdem, was man so wünscht. Aber die Pflegestützpunkte sind doch eine wichtige Anlaufstelle an der Stelle. Wo ist das denn in der Stadt Oldenburg hier was? Im Namertierhof. Ach, im Namertierhof. Mitten in der Stadt jetzt, dort ist dieser Seniorenpflegestützpunkt. Und dort sind kompetente MitarbeiterInnen, die also eine Beratung machen können und vermitteln können, die haben wirklich den Überblick über die verschiedensten Angebote, die es hier in der Stadt gibt. Und dort kriegt man also, denke ich, erstmal eine gute Beratung. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, vielleicht einfach einen Pflegedienst anzurufen. Okay. Und die Kranken- und Pflegekassen bieten auch die Pflegeberatung an. Auch das ist nochmal eine Adresse, wo ich anrufen kann. Und das betrifft also sowohl die gesetzlichen Krankenkassen wie auch die privaten Pflegekassen. Und wenn ich zum Pflegestützpunkt gehe im Lambertihof, werde ich auch beraten, wo ich Anträge stellen kann und so weiter, was gezahlt wird und so weiter. Das sagen die mir auch. Genau, dort kriege ich diese Informationen und demnächst hoffen wir dann auch, dass also, sagen wir mal, wenn ich dann ganz konkret nach einem Pflegedienst suche oder nach einer Pflegeeinrichtung suche, dass wir auch hier für die Region über das Internet ein solches Angebot machen können. Dafür hat die Region Weser-Ems gemeinsam eine Plattform geschaffen. Okay. Die Plattform www.gesundheit-weser-ems.de Dort wird man demnächst die Möglichkeiten finden, welcher Pflegedienst hat denn vielleicht noch Kapazitäten, wo ist eine Pflegeeinrichtung, die vielleicht noch einen Platz hat. Das wird noch ein bisschen dauern, bis das tatsächlich auch gut funktioniert, weil also auch die Einrichtungen sich im Moment noch daran gewöhnen müssen, dort die entsprechenden Meldungen abzugeben. Aber davon erhoffen wir uns schon, dass es den Menschen ein Stückchen leichter macht. Tatsächlich in dieser Situation nicht unbedingt 20, 30 Telefonate führen zu müssen. Das muss ich zurzeit, oder? Das muss ich zurzeit manchmal machen, ja. Das muss man so sagen. Das ist eine bittere Situation, wenn man dann eigentlich sich um seine kranken Angehörigen kümmern möchte und muss dann so viel telefonieren, bevor man überhaupt mal eine positive Antwort kriegt. Das demotiviert ja auch. Natürlich. Wenn ich immer nur höre, wir haben leider keine Kapazitäten, keine Kapazitäten, keinen Platz frei. Wenn Sie mal jetzt so die Frage beantworten, welche Schritte halten Sie in der jetzigen Situation für Verbesserung in der Pflege für nötig? Bei Ihnen in der Mitte mal an, Frau Philipp. Wenn Sie mal so einschränken, wo Sie sagen, der müsste jetzt mal von der Politik oder anderen Leuten aufgegriffen werden. Ja, ich glaube, was wirklich ganz wichtig ist, ist die Akademisierung in der Pflege und die Digitalisierung in der Pflege. Das sind für mich zwei elementare... Was verstehen Sie unter den beiden Begriffen Akademisierung und Digitalisierung? Also Akademisierung in der Pflege, das ist ja ein Ausbildungsberuf noch hauptsächlich in Deutschland. Und meiner Meinung nach brauchen wir halt einfach noch anders weiter qualifiziertes Personal, die die Komplexität der Pflege noch anders begreifen. Und das führt natürlich Akademisierung auch dazu, dass wir Doktorarbeiten, Bachelor, Masterarbeiten haben, die sich immer auch mit solchen Themen auseinandersetzen, die Lösungen für die jetzige Situation schaffen. Also ich bin für einen Qualifikationsmix grundsätzlich, aber die Akademisierung fehlt uns noch. Also da, das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Schritt, um auch Pflege zukunftsfähig machen zu können an der Stelle mit neuen Konzepten. Und das Thema Digitalisierung einfach, um auch die Prozesse zu vereinfachen, um schlussendlich auch Wege kürzer zu machen, indem man eben das über den digitalen Weg lösen kann beispielsweise. Aber dazu gehört dann wiederum auch die Kompetenzvermittlung im Umgang mit der Digitalisierung. Also aber trotzdem so, wenn Sie jetzt, die zwei Schlagwörter wären für mich absolut relevant, die man jetzt angehen müsste. Frau Nordmann, was halten Sie jetzt für, wenn Sie so wünschen könnten? Wenn Sie so wünschen könnten, genau. Also auf jeden Fall die Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes. Das ist einfach dadurch, dass wir positiv über den Pflegeberuf sprechen, dass wir uns konstruktiv gegenüber neuen Pflegekräften, beziehungsweise Pflegefachfrauen und Männern, so wie sie jetzt ja nach der neuen Ausbildung genannt werden, dass wir uns denen gegenüber gut verhalten und sie gut mitnehmen, dass wir ganz viel die Pflegeeinrichtung, viel Zeit und Geld investieren in die Ausbildung von Praxisanleitern, damit diejenigen, die wir jetzt haben, auch bleiben und nicht nach der Ausbildung direkt den Beruf wechseln. Weil da können wir schon viele halten. Was sagt der Chef des Bündnisses für Pflege? Also ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass die Menschen gute Informationen kriegen über das, was es an vielfältigen Hilfsangeboten gibt, damit sie das einfach auch nutzen können. Und das Zweite ist, was ich mir wünsche, ist, dass wir noch stärker werden in der Vernetzung, dass Menschen, die gute Ideen haben, was man besser machen könnte, wie man mit kleinen Schritten vor Ort Dinge umsetzen könnte in den nächsten Jahren, dass wir die tatsächlich auch zusammenkriegen und dass alle auch bereit sind, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und Lösungen zu suchen, nach kreativen Lösungen und das von allen Seiten zu unterstützen. Da würde ich ganz direkt nochmal am 18.11. den Pflegehorizontekongress ansprechen, wo genau das nämlich passiert hier in Oldenburg. Habe ich auch schon mit dem Versorgungsnetz gesprochen, Gesundheit mit Petra Rote. Einfach nochmal so ein kleiner Werbeblock, ein schöner Kongress. Ist legitim, ja. Ein Kongress, wo es genau darum geht, eben über den Horizont hinweg zu schauen, deswegen heißt er auch Pflegehorizonte und es ist das erste Mal nach Corona wieder ein Vor-Ort-Kongress. Er ist kostenfrei, wird auch gefördert über das Amt für regionale Landesentwicklung und die Wirtschaftsförderung in Oldenburg und man kann sich noch anmelden. Schön, klasse. Also haben wir das auch noch unterbringen können. Frau Nordmann, Frau Philipp, Herr Horst, herzlichen Dank für unsere Gesprächsrunde zur Thematik Entwicklung und Situation in der Pflege und ich denke, wir haben verschiedene Punkte besprochen. Manche Punkte konnten wir nur anreißen, aber ich denke, es ist für alle deutlich geworden, der Pflegesektor ist ein zunehmender und wichtiger Bereich in den nächsten Jahren und ich fand es gut, dass wir aus diesem Sektor verschiedene Aspekte angesprochen haben, um das ein oder andere mal bewusst zu machen. Ich wünsche Ihnen in Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe, die Sie haben, jeder in seinem Bereich, für die Zukunft weiterhin, die Motivation, die Sie für mich hier so auch gezeigt haben, bei Ihren Patienten, bei den Bewohnern Ihrer Einrichtungen. Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg, alles Gute und auch viel Freude an der künftigen Aufgabe, denn nur dann geht es ja auch so, wenn man mit der nötigen Freude, mit dem Elan dabei ist und dafür, wie gesagt, wünsche ich Ihnen alles Gute. Toi, toi, toi dafür. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war unser Forum Gesundheit, zur Entwicklung und zur Situation in der Pflege. Ich denke, Sie haben vieles mitnehmen können und das eine oder andere können Sie möglicherweise dann, wenn es von Ihnen benötigt wird, auch vielleicht nochmal hier und da nochmal intensiver nachfragen. Bleiben Sie dem Forum verbunden. Alles Gute, womit auch immer und wo auch immer. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020